In Lektion 1 hatte ich erwähnt, dass bekanntlich nicht alle Interessenten am Ende etwas kaufen. Das gilt noch immer. Trotzdem sollten Sie dafür sorgen, dass die Löcher in Ihrer Pipeline gestopft werden, um Ihre Verkaufsquote zu erhöhen. Stopfen Sie die Löcher in Ihrer Pipeline. Alle Verkäufer haben das Potenzial, die Konversionsraten zu steigern, ganz egal, wie Sie derzeit performen. Auch wenn Sie bereits ein guter Verkäufer sind und Ihre Ziele erreichen, können Sie trotzdem Wege finden, um Ihre Konversionen zu steigern. Es kommt mehr darauf an, smarter zu arbeiten, nicht härter. Setzen Sie diese vier Punkte gewissenhaft um. Arbeiten Sie mit den richtigen Leuten. Im Laufe eines Verkaufs reden Sie mit den verschiedensten Personen, von Entscheidern bis zu Influencern. Aber mit einigen sollten Sie gar nicht reden. Sie erkennen sie daran, dass Sie weder die konkreten Anforderungen erklären, noch Ja zu einem geschäftlichen Angebot sagen können. Halten Sie sich von ihnen fern. Verbringen Sie die meiste Zeit mit Leuten, mit denen Sie gemeinsam weiterkommen. Zweitens. Seien Sie da, bevor Sie eingeladen werden. Planen Sie, Ihre Interessenten im Laufe der Zeit zu sehen. Warten Sie nicht, bis Sie mit Fragen auf sie zukommen. Auch wenn Sie derzeit keinen Einkauf planen. Reden Sie mit ihnen über Businessfragen, die Sie im Moment beschäftigen. Es ist viel einfacher und effektiver, Ihre Zeit dafür zu nutzen, dem Kunden zu helfen, sich eine Meinung zu bilden, statt zu versuchen, sie zu ändern oder die komplexen Prozesse des Kunden abzuwarten. Drittens. Lassen Sie unwichtige Kontakte schnell fallen. Ihre Konversion zu steigern, heißt vor allem, Verkaufschancen aufzuspüren. Erstellen Sie ein gutes Profil des idealen Kunden oder Käufers und bleiben Sie dabei. Passt ein Interessent nicht zum Profil, ziehen Sie schnell weiter. Viertens. Lernen Sie, Verkaufsgespräche voranzutreiben. Zu den Entscheidern vordringen, erste Meetings planen, wichtige Anforderungen ermitteln, überzeugende Lösungen präsentieren und die Vertragsbedingungen verhandeln. All diese Fähigkeiten müssen wieder und wieder trainiert werden, um die Chance zu erhöhen, einen möglichen Kunden in die nächste Phase mitzunehmen. Je besser Sie das können, desto höher wird Ihre Konversion sein. Als nächstes werde ich darüber reden, das Tempo Ihrer Sales Pipeline zu erhöhen. Die letzte Folge in der Serie über die vier Hebel des Pipeline Flow.